ARD Text im Auftrag von Funk ein kleines sneaker sein was hd dann ist samt kommt da gehe ich ja jetzt erst mal und der hunger ist gefräsen hier ist nix o eisen 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 bob eisenhelm ich bin einmal durch das ding gelaufen da im goldhelm und steinschwert und holzschwert was hast du ein schönhelm und einem kettenpanser kein schwert doch ein hundsschwert Achtung AHHHHH Junge schlag mich nicht oder versuche nicht mich zu schlagen du machst mir ernst komm her komm her beruhig dich erschockt ich bin runter an mich bewegen nein lol hat das was auf das hausende seine gegenüber gegenüber bei der ganzen rüstung der drμαussen na ja nicht ganz der ist da hinten, ja, da hinten, der hat Eisen, Helm und Dings, Achtung, Achtung, hier, bei mir, bei mir, der hat auch Eisen, Alter, da drüben, da hinten, Aua, Alter, Alter, Hilfe, nein, ist wie tot, was? Lass mal zurück in den Lobby, wir machen noch eine Runde, der schlief, schlief, du nimmst aber noch weiter öffnen, ja, geil, ja, man, so, lass mal gucken, nach neuer Runde, neues Glück, Ah, hier, hey, man, die kickst du weg, nein, äh, Runde läuft, Runde läuft, frei, 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 sind keine Worte, blablabla, also, wir sind heute wieder mal auf dem funwelt.deus, aber, blablabla, ja, hier, hier, los, das warm, das warm, das warm mal los, das warm, das warm, oh ja, geil, ja, geil, ja, voll hier, voll hier, brennen, brennen, ja, geile, scheiße, ich brennen, ey, er blutet ein bisschen, ich bringe ich bringe das ich bringe es zum schmelzen ich bringe dich zum schmelzen mit mir mit meiner heiserkeit also heiß bin wo bist du hey du dünner junge dünner junge dünner junge ich bin so hot ich bin so hot um sure hot 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 messenger hotel da denke ich noch so sind ob er in den hier auf der lobby ja eben ist monsters ja chị dankmann gab es doch auch hier um ich hab mal auch alles lieber in der lobby du verbrennst dich noch ich hab Angst ich geh nicht dahin so chill mal ein bisschen ich geh auch rein also wir gehen noch ich bin hier, hier, zurück du gehst mich links ja kommst du mit left, go left go to the left side kommst du left side, I going kommst du going to left side I nix, ich komm I hate it for you hate, I hate you too nix auf die Schienen gehen sonst tu wer den böse ich wissen das ich, ich habe Drogen genommen und jetzt sag ich gehen auf Schienen nein, nix auf Schienen nix auf Schienen nix gehen auf Schienen nix gehen auf Schienen was du machen ich geh hoch und ich geh laufen anstatt noch Menschen da du willst mit was mit Döner Döner gut für Menschen Seele ich darf nicht auf die Schienen du bist auf die Schienen gelaufen nein ich war auf den Zaun so das alles deine Schuld was schon mal im Geisterhaus ja da habe ich schon mal Punkte abgeschlaupt Alter bei einem der Schmone als ich habe 1375 haha hello da drüben hallo 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 ha 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 oh mein Gott jetzt können wir voll vor an die an die auto schneiden doch ey was ja was geil so kommt äh ich kann nicht mit Unterhosenmanneken warte auf mich blasser geiler Bock wenn ich gerade mein Gesicht sehen würde leider wala ha ha ein schwarzer kackstift läuft hinter mir her hilfe sind richtig angelaufen so richtig rot und so 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 schwarzer ha 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 ja die könnten ja auch mal da hingehen ins schwampf ja wenn nur die peter die schweine die schweine haben mich an scheiße ja die schweine haben mich an gemacht angemacht angemalt die bitches haben mich an gemacht ich kam mit ihnen unter die decke wir haben mich an gemacht ihr hast schon mal darüber nachgedacht hier ähm zu machen und so auf dem kanal ja leider thema und so weißt du jetzt gerne da gibt so eine geile internetseite wo man sich da was runterladen kann also nicht so was runterladen also also so illegal und so ist sogar legal was ich weiß nicht was das ist eine seite kann man geben auf reihe musik runterladen sagte ich habe gesagt das war mein bruder ja leute ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn wenn endlich mal irgendwer swamp ist okay bist du ich hallo leute und es legt wer hat xp flaschen ich habe mich am schwert bekommen ich habe zwei schwerte hast du schwert hier steht ja hinter dir aber ich weiß nicht das ist nein 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 ich bin tot ich grüße noch den wolfie und den 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 ice tea so dann grüße ich noch den ungepflanzt und ich grüße noch das keller kind und ich grüße auch noch den peter ich grüße wollte und dann marco neben war kuss 2000 so das war's und den ganzen rest jetzt habe ich alle genannt glaube ich ich grüße dich echt wo bist du ich bin schon in der lobby okay ja mann voller außenseiter der schlief und ja mann und so ja ich will sagen das war's mit dem kackstift und mit mir ja und ja ich will sagen moris ciao martin wiedersehen ja komme ich brenne ich bin so heiß wie ein vulkan da 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 in der heiße reißen ich dachte ich bin heiß ich dachte ich bin heiß ich dachte ich bin heiß alles wenn ihr ein Abo bei ihm da laufen könntest und vielleicht auch mal bei mir vorbeischauen können manche videos ja zurzeit nicht ich verstehe so viel was ja komm 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 ich tröße dich kommen ich bin ich bin ruhig in die ecke ich gehe lieber weiter weg ich gehe weg ich gehe weg ähm ich bin weg da du darfst dich wieder umdrehen nee du 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 darfst dich wieder umdrehen ich beobachte dich nicht ich beobachte dich nicht ja das ist unfair das ist unfair ich gehe dir in die Kuppe aus, äh herrschen? ja, flaxen selig okay, Leute, haut zur Rinde und äh, schaut mal zum Kanal von kleinen Stickers vorbei oh geil